ist das ein verwirrender kasten und nirgendwo macht es mehr plink das ist das ach so eine treppe ins nirgends jahr das ist ganz normalen horchurts also wirklich nicht mehr viele ecken wo wir noch nicht waren genau so heißt das ja also ihr seht auch dann wird es langsam hier auch nichts mehr für mich selbst für mich alten knügel kasten uns gerade sagen wenn ich dich jemals zu fassen kriegen dann weißt du was mit dir passiert also das mit den rüstungen nicht total cool ach so ich dachte das wäre der brunnen das ist der brunnen ja ach meine güte ja dann sind wir ja hier schon wieder meine güte so langsam kenne ich den kasten dann wahrscheinlich in und auswendig trotz ist hier erbaut so das ist nur so eine abstellkimenate ja nö hier kommen wir dann wieder zum ausgang heute ist irgendwie voll agro hier in hockwurts meine nase jupfen tja das macht er so schnell nicht wieder digga ach ja so das ist gut so hier ist der olle biesen da ist irgendwas ich würde ganz gerne mal zum ragenklo gemeinschaftsraum was haben wir hier eigentlich noch ach so stimmt ja mal reingucken ich wollte das schon immer mal reingucken in dieses komische gemälde ja eigentlich ja ganz in der nähe vom ersten vom ersten die pulso raum würde ich das rätsel ja doch mal anti sein irgendwie vielleicht irgendwie da war irgendwie hier der erste pulso raum da guck mal da ich weiß nicht so recht betreten hoffentlich komme ich da auch wieder raus ja ich möchte nämlich eigentlich jetzt auch bald mal feierabend machen der kaffee jetzt hier das ist mein letzter und den tee möchte ich mir eigentlich so irgendwie zum feierabend können also kann ich hier auch wieder raus das ist ja toll alter schon beeindruckend der quatsch so und was nun was nun das sieht kompliziert aus ich hoffe mal hier runter und wir sollen hier wahrscheinlich irgendwann mit dem pulso machen also oder mit exakt heißt hier ich dachte dass wir ein depulsoraum und kein aktual raum alles sehr sehr lustig warte mal wenn ich es soll ja eigentlich in der pulso raum sein ja irgendwie recht spannend das mal nicht glaube ich also okay das ist um hier hoch zu steigen so was ist das treppe ach so ja das wäre natürlich auch von vorteil gewesen diese zu nutzen warte mal ich gucke mal kurz was hier hinten so alles am rum ach du heiliges kanonenrohr da sollen wir glaube ich nicht unbedingt hin das war dann mal ein großer fehler ja also das bleibt erhalten das ist schön das ist gut das ist gerecht und hut und schlecht nicht gut so was ist eigentlich mit wingardium levi oder mit dem quatsch moment vielleicht sollte ich mal kurz wie war das noch hier mal was ändern und zwar ich werde mal den wingardium hier oben drauf legen nö die dinger sind scheinbar nicht fliegefähig wie zum geier soll das funktionieren also das da sieht interessant aus und wenn ich mir überlege dass dies hier ein was machst du gerade vögelchen also das ganze hier erscheint mir irgendwie ganz klein wenig rätselhaft kann das sein ob ich das mal verfluchen soll das natürlich funktioniert so Moment, was ist gerade passiert? Ah, das ist natürlich eine interessante Angelegenheit, klar, ja, mach doch, kicken. Ähm. Ui. Nö, äh, solcherlei tun ist dann wohl doch nicht sehr gut, äh, sinne par bon, äh. So, also, das Rätsel ist Lösung ist wohl irgendwie daran gebunden. Vielleicht allerdings, hui, wenn man, ups, diesen da, mit einem geschickten Depulso, darunter schiebt, ähm, dann, oh, äh, ich habe eine Idee, wie es funktionieren könnte. Aber man muss nur aufpassen, dass man nicht in der, in der Schussbahn steht, wenn man die Dinger angeflohen, angeschoben kommen. Insofern ist es durchaus möglich, diesen hier zu machen, äh, warte mal. Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht ganz zielführend. Im Moment, äh, wie sieht es denn damit aus, wenn ich den mit Akku... Und wie ist es denn mit Akku? Aufpassen? Aufpassen. Aufpassen. Ich schaffe mich nicht. Wieso fliegt die Eier? Äh, das ist möglich. Eier, der sie sich in der Schussbahnhof- Dина! Das ist doch nicht... vielleicht funktioniert das ja ich will jetzt wirklich nicht die ganze zeit jetzt wirklich nicht die ganze zeit an dem kram rum eiern aber was passiert jetzt wenn ich diesen knödel da oben noch mal anschließen und das resettet das einfach nur glaube ich was passiert wenn ich jetzt das noch mal mache ich muss nur aufpassen soll ich nicht im wege stehe die 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 So, ähm, ja. So, wenn ich das da oben anschieße, wird wahrscheinlich gesettet, ne? Ne, das ist ein Reset-Knopf, ja. Also, das ist ein Reset-Knopf, aber Problem ist nur, ähm, warte mal. Wenn ich den per Akio hier rüber ziehe, das ist schon mal vielversprechend. Ich darf nun nicht direkt im Weg gehen. So, ähm, Problem ist... Ah ja, ich verstehe schon irgendwie halbwegs. Nur halt nicht drüber springen hier. Ähm, jetzt mit dem Punso noch da. Äh, das war jetzt irgendwie nicht so zielführend. Okay. Ja, ja, das, ähm... Das ist schon... Äh, äh... Das ist schon nicht einfach hier. Moment, ähm... Wenn ich den jetzt von dort... Per... Äh, nein. Wenn ich den jetzt von dort per Akio... Oje, äh... Was passiert? Und sie? Nicht doch. Was machst du für Sache... Was machen Sachen, Digga? Äh... Ss- sollte ja ja das ist auch nicht richtig weil das ding ist da komme ich auch nicht hoch also zwei klötze hochsteigen geht wohl nicht das funktioniert nicht ja